meine meine leertaste war das der zug kommt sie auf der arbeit ich habe das steht schon mal ein karneval in düsseldorf an diesen anzeigetafeln der zug das ist ja ist ja kölsch dazu kommt das ist in düsseldorf ja und das aber kölsch ja ich glaube das kann auch reinig sein ja ja rheinisch ist das rheinisch eigentlich will nix den düsseldorf an und den kölnern ich sag's dir immerhin gibt es kannst du immer noch kölsch in düsseldorf kaufen und nicht umgekehrt also wir reden jetzt nur über das bier oder ja 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 nicht kinder kein kölsch kölsche kinder aber das altbier kriegst du nicht in köln hörte das wird man genau hin das richtige zu richtigen anobis kommt jetzt achtung außergewöhnlich arbeitsvieh angriffs strateg wo kommt denn jetzt das arbeitsvieh ja ist okay da kann ja bearbeiten wiesn wälder er gibt hat mama sie kommen jetzt ich war denn sechs kinder spielen doch schon in und auswendig der macht doch geiz der geizt überhaupt nicht mit geizt hier ich bin ich geizt euch ich geizt ich bin so geizt sich zu euch weil ich zeige euch die den 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 ich zeige dir kommt kommt dahin wo ich auch gerade wenn du bist direkt links neben dir neben uns wir machen das jetzt hier diesmal doch gibt es das auch aus dem palz oder wo ja aus oliven und palmen frisch gepresst so lieben mit das heißt aber nicht da das heißt ich sage ja strazatella du bist eine strazatella ja eine strazatella bitte ja mit kaffee 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 genau sagt mann ja wir haben menschen wird gar dunkel das ist doof jetzt brauchst gar nicht nach hier kommen die werden die werden nicht spawnen jetzt wird sie schlafen gehen da geht ganz gut schlafen und mit tiger mit da ja müssen muss schlafen geht gar keine mitsprache recht hier wo ist denn hier mein gott das ist ein irrgarten ich weiß nicht wo hier was finde ich gar nicht das ist das bad das ist die toilette geh mal schlafen tiger verläuft dich mal bitte in dein bett geh oben geht ich stöhnt hier wenn ihr ins bett ich habe gerade einen fliegen lassen deswegen ich schlafe mal in bodos bett guten morgen der hahn kräft kennt ihr das nicht hier pass auf was ich meine jetzt was auf achtung achte ich finde das so toll ich liebe das ich bin total ich bin total verliebt in sie jetzt kommt da muss ja das hörst du heute nicht hat und chat seid ihr bereit chat seid ihr bereit die schönste stimme und das schönste guten morgen was überhaupt bekommen könnt weltweit jetzt ich liebe das ich könnte das tausend mal hören das müsst ihr eigentlich morgens mal als wecker machen guten morgen du bist raus heidi heidi die beste beste serie beste serie tut euren kinder was ich fand die irgendwie mal komisch die hatte immer einen an der waffel nee du hast einen an der waffel nee ich du boh ich Volker der ist nicht da der ist nicht da der der gönnt sich mal eine pause oder was ja genau der hat mich hier ins spielzimmer geschoben heidi 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 kann übrigens crazy horse heißt ja heisi heidi heidi ähm sagst du auch morgens immer guten morgen ich bin das immer so schön der guckt nun heimlich der kann ich der kann ich anders guten morgen sonnenschein jetzt der guten ist der morgen kaputt ach toll crazy ja heidi was ist vielleicht war ich auch zu klein als ich dir das erst mal guckt habe ich weiß es nicht sie kam mir immer komisch vor du wolltest jetzt äh kümchen was zeigen wo das öl gibt ach ja aber akuma ist bestimmt schon da oder nö ist nicht so grad äh dinge wo muss man denn hin hier hier da habe ich noch gar nichts zum porten ja dann mach dich mal auf auf wie auf wie auf berg los auf wie geht auf wie der berg ruft aber eigentlich wird das ja so gesungen das hat der blad blad hauen gang ich fand die so gut ich höre die immer noch so gerne im auto mein lieblings video mein lieblings video von blad hauen gang ist immer noch banana auto das heißt nicht so das lied das heißt ich bin schon hier da wohl eigentlich wo ich fahren möchte aber nicht ich hab da nichts das ist hier das nächste wo ich hab einfach runter warum spawnen die nicht was soll denn die aufblasbaren dinos ja da unten sind welche hause um kriegst du kriegst du paar hause um hast du gefahren ach ich hab da gerade einen eistapfen runter geschmissen hab ich gar nicht gesehen hä foxtrack dankeschön hab ich gar nicht gesehen nix habe ich davon gesehen und ich hab wieder verdubillt hast du sie bekommen das paar öl eins also einmal vier oder drei ja dann musst du eingesammelt haben ne ich hab nichts angenommen dann müsste es nur da unten liegen dann hat er wohl nicht so droppt das gute ist du kannst ja fangen natürlich wenn du sie brauchst ich fange die immer weil ich die auf dem community server brauche zum züchten und beim fangen natürlich auf dem community server kriegst du natürlich viel mehr raus als das bisschen jetzt hier ähm und die sparen immer bis zu zehn stück das kommt immer darauf an manchmal sparen dann irgendwie so blöde lamb balls und dann nutzen die diesen spawn point dann sparen irgendwelche komischen zucker zuckerschnecken oder sowas verwalten wollen scharf wotten wolkenzone doch die müssen ein a 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 ich fand da kein bock aufzusammeln ich würde sowieso fangen festungskommandant sadist und verfressen und ein paar öl aber nur wenig nur 1 natürlich machen die im amores meer klassen größer aber mehr öl raus quetschen ja auch noch ein bisschen länger um zu sterben noch gar keinen gefangen die wir jetzt noch zu groß gewesen ich habe gerade gegen das bastel ich habe gerade voll die idee das ist ja genius der norden vergisst nix der norden vergisst nix ich überlege gerade den spruch das sagt mir irgendwas aber irgendwie ist das kann nur aus einer serie sein das war doch nicht das oder doch das nee das war das war doch ein blablabla bezahlt immer seine schulden oder sowas war das doch oder das was anderes der dort vergisst nichts was auch geben jetzt wollte ich kein kein aufgasbarer dino doch das war es okay die norden vergisst nix stimmt haben sie doch gesagt als john stark als john stark dabei allerdings barbums an der mauer war und die sind zu stark wenn es da begleicht immer seine schulden so war das mensch ist keine keine aufblasbaren die noch sind keine hier dann nicht heute war auch wieder wenig los soll aber auch wieder so wie das damit zu tun haben dass die leute ist kein bock mehr auf paar wollte haben und alle jetzt noch ja 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 nightingale und sowas spielst du wirklich ist wirklich ist nicht mehr mit bei hier gibt es auch glaube ich um diese aufblasbaren die muss und dann die aufblasbaren die muss okay keine lust ist okay aber wie kann man wie kann das sein dass du keine lust hast wo gibt es nicht scheiß aufblasbare dinos wenn man sie mal braucht ja hier gibt es keine rüstung ist eigentlich noch kaputt ach ich habe alles alles rüstung kaputt ich habe mein leben verteidigt ach was wenn ich das schreibst du doch nur so das glaube ich mal null ehrlich vielleicht vielleicht für zwei sessions und dann ist wieder vorbei bist du sicher oder meistens kann als jux bin jetzt bock aufs center glaube ich doch nicht ja gut wenn der bock drauf hat dann macht er mal drei folgen mitten statt vier also zwei entschuldigung wenn man nicht so gemeint dass er kurz das ist ein guter plan sag mal willst du das sagen man muss man muss man muss schlachten doppelter lud gute idee ja hätte von mir sein können nein man scherz hallo hi 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 bei einer fortsetzung von dings kommen ja ist ja schon ist man nicht ob das heute noch so aber haben muss weiß ich nicht ja weiß ich auch noch nicht nur unsicher der erste war schon dumm genug auch weiß ich fand den damals echt witzig ja das ist das ist lustig dann damals für die damalige zeit heute die leute oder die 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 jugend dass die das damals geguckt hat also auch teigereid damals da war sie noch jung glaub ich dann da war sie 64 jetzt hängt alles runter überall auch die ohrlepschen wackeln da hängte nichts wir haben sie vor zu ende gespielt vor ist ja beides vor ist uns ist auch so vor ist kann mir nachher noch ein besseres update aber das musste ich jetzt unbedingt noch mal spielen es ist aber jetzt komplett fertig also noch mehr inhalt und so ja ich fand es aber jetzt nicht so pralle ich fand es auch nicht so also wir haben es ja auch gespielt aber auch nicht aber was ich sagen muss es lief gut daran sieht man wieder gut aussehendes spiel kann auch gut und gut vernünftig laufen ich vermisse bock wie da den 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 tut er da ist es war immer hinterher ich habe den bock getauft hat mein gott wie hieß er denn wieder hat was ist auch nicht mehr holger holger ernst heinz wie hieß er denn ich habe ihn anders genannt aber dann fast gleich ich habe vergessen die fliefe dann aber richtig hat auch nicht drauf leute chat hilfe wie ist der tut hieß der tut ja und ich habe ihn nur mal kevin genannt ja eben so froh war morgen noch wissen wer wir sind morgens beim aufstehen und schlachten kann ex dass du nicht mama russ damit zu hacken kannst ich glaube es hat bald haben wir nicht den haben wir nicht den account die account daten von dodo kommt online keine tiere mehr da alles zerhackt aus beiden gehe ich jetzt hier olgermann genau danke man sie sagt eben nicht auf die feuer mädels mit was für waffen rennt ihr denn rum das war so groß machen schwer los waffen schoss waffen los also ich habe und dann bald eine legendäre pappen action shot denn ja dann ist am besten oder wie der rocket launcher am besten moment fängt man denn gut an als anfänger ohne ohne aber nicht die alte pistole oder die keine pistole was soll das was machst du da mit den tieren dex gestärkt sich etwas an der drama queen drei meter daneben jetzt hier die pappen mein knie mein knie mein ohren oh mein gott ich muss mich am stein reiben oh nein oh nein oh nein oh mein gott ich habe mir meine nase gestupst oh guck mal der bruder auch dahinten der macht auch hier wassertanz hallo wird auch gucken kommt wie die hier tanzen die kohle kommt zu dir rüber los der ist nichts sagen aber bei mir tanzen die nicht in hier gar keine leichen ist noch einer hast du meinen angriff abgefangen welchen angriff ging was gegen das tier da hinten was ist gegen das tier achso exorzisten guck mal handy oh mein gott paul schickt mir wieder schlüpfer bilder ich will aussehen ich hab dir schon mal gesagt ich bin der andere daniel ich mach das video nicht mehr auf ist dir nur so ein stängel von wurst hat dir schon eine skizze gemacht oder was jetzt habe ich es getötet und nicht gefahren ja paul das sieht nett aus aber bitte mehr wurst das sieht aus wie eine socke wie eine socke alles gut ich muss noch ganz kurz mal zum luchs zeugs bären ich will so irgendwas essen urst praktische trachtbauplan 2 mit dem schwert noch abrollen kann äh pau macht doch mal eine umfrage nee hier eine wette oder sowas wie heißt das was der dex essen soll er hat die mögliche jetzt kommt ihr könnt immer punkte loswerden ich hab doch erst hunderttausend noch was ist nur eine skizze man ja ist aber lustig äh also ich habe saure saure dinorexe ich habe salzstangen ich habe toffifee saure dinorexe mit toffifee und ich könnte Würstchen essen oh Würstchen mit toffifee äh was find ich auch wieder nicht warte mal ich bin für toffifee ich bin für Würstchen ich hab das schon so oft in letzter Zeit ich mach eine Schwürschung jetzt immer komm wieder zurück komm zurück wenn du Volker fragst ja ich kann nicht Volker fragen dann kannst du auch mich fragen du isst auch Würstchen gerne kann ich den blitzen? also halt immer zwischendurch so snacken das Problem ist dass ich davon aufstoßen krieg den ganzen Tag das passiert mal bei Paprika und Gurke und was Molke? Gurke Gurke oh Gurke ist lecker die kann ich immer essen ok was wein komm her du kleiner Gummiball du gelbes na gut ne er hat ein gelbes was ich hab dir gegen den Mosanderlachs was ist das denn? das ist so geil ich liebe den ne was soll Dex essen? ich stimme ab also Lato Pfeife, Where's und warum? na kann ich dich schon fangen? ne nicht ich erstmal Brötchen wow yes sechsmal selbst kann der eigentlich für mich denn nicht gegessen? oh heute? hm hm magst du heute was? du bist ein bisschen aua aua da kann ich direkt die Steine im Recken mit abarbeiten schau dir mal zwischen die Beine und deine Beine sind zwischen meinem Kopf von da oben da seh ich die Eier und unten seh ich das Loch nein aha Tiger ich hab's nur E-Gads oh was bist du denn? äh feng Lope wann ist denn eine feng Lope? das hoppende dass das Reh höf etwas auf Power macht krass bekämpfe ich das am besten? wird das Wind sein? glaube ich oh guck drauf guck dir Symbol an und wir gehen den Guide äh guck den Guide guck den Guide guck den Guide merke es dir das bringt ja nicht wenn wir das nächste Mal wieder vor sollen ich kann es mir nicht merken man man trau Eierkuchen oh Eierkuchen hab Angst aber warum das denn? wir sind doch da das ist nicht so effektiv oder? das ist perfekt das habe ich bemerkt er hat mir seine Eier einmal ins Gesicht gestopft oh ok ja jetzt habe ich jetzt habe ich den Boss auch gemacht ich habe jetzt gerade ein paar Bosse mal die ich noch nicht fertig gemacht habe ich glaube ich sollte mal ein anderes Pal nehmen wo ist denn die nächste Teleporter hier? da 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 am rest und wenn du gut ist dabei ist dann machen wir damit weiter ja aber mich erschließt sich das nicht die kosten für die achtung einfach nur ein bisschen teuer sind meiner meinung nach du darfst keine meinung haben das weißt du doch es ist wenn du das so sagt man echt glauben dass das ja ich bin so einer genau und darf keine meinung haben gar nicht vor allem mal sehen wir hier eine meinung haben wer wieso ist es eben hier bei mir übrigens zwei neue eier gelegt ich lege dir mal drei neue eier ich lege dir mal in die bootstation merci beaucoup tja ihr lieben so bin ich nun mal im real life und deswegen möchte ich auch nicht mit mit mädchen in meinem channel hier sein da hast du keine wahl das haben wir dich jetzt zu weißt du noch zwei sind übrigens fertig ja ich komme jetzt gleich wieder rüber saure gummies und salat sollst du essen die beiden öffnete wie salat wir kommen ja auf salat salat welche welche welches maß denn satz mal kurz wie soll denn ich habe leider keine sauren gummies da die haben welche mit noppen die jungs lassen mich total im stich ich spiele nur mit mädels deswegen spiel tono immer mit das ist ein kleiner junge der zählt noch nicht der hat noch klein das zählt das weiß ich nicht da halte ich mich raus ich habe ihn eingefangen ich habe ich habe übrigens aus der base das mit teil mitgenommen ist dass du dich von das und kann mal wo das hin ist okay in der höhle ist auch ganz viel eisen aber ich habe nichts mehr tragen ich mache auch mal ein bisschen normales eisen ist ein bisschen zu wenig hier ich habe übrigens keine umfrage bekommen oder irgendwas sehr ähnlichen ich habe noch nicht mal irgendein ergebnis gesehen ich weiß nicht wie gesagt saure gummitiere 11 und salat 11 aber ich verstehe das nicht warum sehe ich in meinem eigenen stream nicht was was gerade gemacht wird was kann ich gar nicht das streamer bin ich bin ja nur ich die beilage barriere marionette du bist ein wir heißen hier noch mal die diese was die was sie hat diese figur was nicht das was die power hat nein diese figur kommt nicht auf den namen ja ja danke das ist das gleiche wie gummipuppe ist das habe ich mir zwei bestellt alexa bestelle fatima wer ist fatima bitte jetzt doch mach mal bitte das ist die hübscheste gummipuppe überhaupt das ist eine gummipuppe ich dachte das wäre wie so ein mann mit mit frauenkostümen oder sowas aber das problem ist wenn ich das jetzt einmal google schlägt mir das nein bei amazon kannst du reingucken der ganz sicher nicht noch schlimmer dann ja aber ich kann sagen fatima mit f ja ja oh mein gott fatima portugal fatima hand fatima hand hat es zu tun oder du musst du doch bei google gucken ja das sind statoren gummipuppe fatima schreibe ich ganz sicher nicht du hast gesagt fatima rein googeln das haben die zuschauer bei youtube die kugeln jetzt diese schweinerei weil du das sagst ja ja das ist die hübscheste überhaupt was waren wir noch am herstellen noch mal was was brauchten wir was steht auch mein pulli washington 21 washington habe ich mich mal auch schon versucht raus zu kriegen ich hoffe bitte zu spannen ja drück mal die daumen jetzt kommt hier das anubis ei wild und zar und sowas ach leck mich doch am frischen aber wird das doch gut ja weil sie was falsch ist ich will alles vier zusammen haben wild bodenständig und fragil drei wo kommt der murks jetzt mit der wir nehmen ein super super voodoo du war was soll ich jetzt essen jetzt habe ich jetzt habe ich das immer nicht verstanden ich soll jetzt ich habe auch kein salat die tiere und salat ja auch kein salat ich kann die tiere essen das können ich will nicht machen die gummi tiere und ich habe nur zwei drinnen eine gar nichts schicken ja ich glaube ich kann ich dir was schicken nein kannst du nehmt dann nicht weil hier ist es das sind das gott gen steckt an nur bei leuten die einem sympathisch sind ach so ja dann habe ich verschissen das ist nicht mit gegent oder was mann ich habe schon gehört habe schon gehört dieser stalk hier ich sehe nix geh mal weg da bitte schatz geh doch mal auf seite das ist fatima v ach so ich kenne die doch du kennst die sonst hätte ich doch nicht so reagiert ich wusste nicht dass du die kennst entschuldigung da noch mal kommt Na, endlich tut er mal was. Also ganz ehrlich, mein Anubis ist echt hart, mit ganz vielen Sachen. Jetzt guckt euch mal, guckt euch mal den Affen an, der Affe, das ist ein Kämpfer. Das ist ein Kämpfer, guck mal Affe, mach die alte mal, mach die alte mal, mach die alte mal Thronschuh hier. Na, guck mal hier, zack, komm, mach sie platt. Wollen wir kurz noch drüber reden, dass dein Affe höher gelevelt ist als dein Anubis? Na, der Anubis macht ja gar nichts, der greift nicht mal an. Du musst ihn doch erstmal wirklich leveln. Komm, hause weg. Ich glaube, ich habe einen Füße für Balls hier. Okay, den Boss habe ich dann jetzt auch mal gemacht. Ich muss den noch zu Ende machen. So, wohin, wohin jetzt. Achso, ich wollte mal. Immer noch Pal-Öl. Ja, genau, ich wollte es nochmal zu Pal-Öl, Pal-Farmen-Dings, ihr weiß schon. Immer da, Pal-Öl-Farmen, wo ich immer brauche. Wo gehst denn du? Die kleine Wüste und geh die Doom-Ods und Dictoys töten. Da gibt es auch was? Die Doom-Ods und die Dictoys. Dictoys und Dictoys, ja. Das Spawn, der Fuzzis hier, ist echt immer zu lange. Ja, das kriegt er aber nicht vor. In der private Spielstand habe ich damit nixer Probleme. Nixer Probleme? Hast du wieder mit einem neuen angefangen? Vielleicht. Hm? Vielleicht. Vielleicht. Ich habe schon letztes schieben sie. Neeee. Ja. Genau, das war der. Ich habe jetzt noch zusätzlich bei WW angefangen. Vielleicht fange ich auch noch auf dem Community-Server. Oh, mein Gott. Respekt. Das ist dann auf dem Community-Server der siebte Start. Boah. Der siebte? Ja. Oh mein Gott. Akuma. Reicht auch, ja? Ich nehme mich jetzt nur noch Göttin. Nein. Wölfe, bitte. Hallo. Willst du mich beleidigen hier? Was Wölfe? Wölfe? Wölfe, nicht? Wölfe. Wölfe. Ich habe einmal mal Öl. Sehr gut. Öl. Sehr gut. Was ist das für jetzt, was ich da eingesammelt habe? Nein, Kohle. Aber Akuma, du magst den Comps-Server nicht? Wieso? Was? Als ich neulich gestreamt habe, da kam Molly Maus in den Stream und hat dann gesagt, hat sich bei mir entschuldigt. Und ich war total verwirrt, wieso, weshalb, warum. Und sie hatte das Gefühl, dass wir beim letzten, oder dass ich beim letzten Stream von dir irgendwas angedeutet habe, dass ich den Community-Server nicht mag. Ich weiß nicht, wie sie darauf kam. Wieso findest du den Community-Server nicht gut? Jetzt kommt es raus hier. Ach, aber finde ich nicht in Ordnung. Das auch nicht. Ja. Das geht so nicht. Der arme Community-Server. Echt? Ich weiß gar nicht, wie sie darauf kam. Da ist bestimmt irgendwas nur gerade so schief gelaufen, dass ich da gerade ein bisschen mies gelaunt war, als du denn davon angefangen hast, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie sie sonst darauf kam. Chat, jeder weiß, dass Akuma die Community das überhaupt nicht mag. Dreht euch gleich beide in den Hintern. Was? Dann tue ich die Arschbacken zusammenkneifen, da wird der hart. Das ist aber der. Dass er hart wird, oder was? Dreimal Öl. Also wir haben jetzt zwei im Schrank. Weil wir jetzt in dem Scheiß Dings. Ah ja, kann man. Der in der Wüste, glaube ich. Hast du ein bisschen Geld vor mir, Dings?